hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für nun donnerstag den 23 11 2023 ja und unser dax schläft hier weiter der bär pennt förmlich und zum donnerstag sind nun ein paar fans giving braten platziert bin ich mal gespannt ob er sich von aufwachen lässt ich glaube es ja er ist wahrscheinlich einmal weiter pennen wir sind ein stückchen weiter hochgeklettert haben ein neues hochgerissen sind schon mal die 89 strand gestoßen dass hier das alte hoch gewesen das heißt wir haben dann nun endlich auch mal die zone und 89 26 erreicht ist aber sehr entspannt zurückgekommen also ich habe jetzt auch nicht unbedingt aus wie es war das jetzt schon das absolute hoch was jetzt hier massiv weg verkauft wird da ist noch viel entspannung drin gewesen aber man muss halt eben auch ganz deutlich sagen die aufwärts rennt die namen die hat halt brutal abgeebbt also da ist nicht mehr viel los da kommt auch kaum noch richtig trend gewalt nach oben das ist ja mehr so in so ein hoch naja weiß gar nicht wie man das bezeichnen soll weil hochkleckern also rupas kann was runterkleckern aber hochkrabbeln ja wo sagt man krabbeln okay wir sagen krabbeln eher mehr hochkrabbeln aber vom tages schluss gut platziert 58 haben wir stehen auf der uhr das heißt wir sind über den hoch der letzten tage per tages schluss wir haben aufwärts gap gestellt wir haben das aufwärts gap offen gelassen wir haben vom tag etwa 50 bis 61 prozent wieder korrigiert aufgedreht tages schluss über die vortage wäre stand jetzt erstmal eine vorlage am donnerstag noch weiter nach oben zu gehen kann aber wieder sein dass es so wird wie am nie wasser war jetzt mittwoch das ist so wird wie am mittwoch und er sich wirklich einmal nur früh ein paar meter hoch stellt und dann stehen bleibt wenn die amerikaner hier ihre fangs giving braten alle futtern wird nicht viel bewegung sein wenn die amerikaner auch geschlossen haben neigt unser dax eher mehr zur ruhe und entspannung und von daher könnte ich mir vorstellen dass wir früh vielleicht eine kleine initial bewegung kriegen und er dann wieder verharrt aber sagt niemals nie gab auch schon einige feiertage bei den usa wo unser dax richtig überrascht hat und gut punkte geleistet hat also würde ich würde den tag nicht grundsätzlich abschreiben aber es ist trotzdem aufzusehen dass unser dax dann eher ja ich sag mal ab mittag stehen bleibt ja wir beobachten uns wir gucken uns trotzdem genau an und wenn du schön oben durchzieht ihr kennt ja die ziele erkennt die bereiche die anlaufen kann jetzt wird erstmal 89 bis 16 20 das ist noch das ist noch ein bisschen auszufüllen man kann auch sogar noch mal nach unten weg reagieren und wenn er drüber kommt ist dann 16 1 20 bis 16 1 40 die nächste station das ist die unterkante vom geb im tageschart unten bräuchte man ja ich sag mal unter 39 auch gut dann hat er hier auch bloß das geb bei 9 10 rum könnte auch schon vom geb schon wieder nach oben drehen müsste halt mal ein tieferes tief stellen also tieferes tief in der trend umkehr müsste mindestens mal unter 15 ja was das hier 998 da müsste drunter unter das wenigstens mal unter das tief drunter müssen hier eine in anderen drei reinzukriegen und dann könnte da hier könnte könnte man das als bärische verkeilung dann sogar auch werten und dann können trend trend umkehren kleinen trend umkehr einleiten und man die ganzen erholungsziele ja die rücklaufziele abarbeiten haben wir die letzten tage auch immer wieder durchgesprochen sind jetzt unverändert insbesondere da die 200 taglinien im bereich um 6 60 650 ist interessant die 67 ist sehr interessant und kann dann alles angelaufen werden aber noch ist es nicht so weit gibt hier kein noch keine signallage für eine umkehr auch wenn es ein bisschen danach riecht es ist einfach noch am die bären sind noch am pennen ja bild ist wirklich sinnbildlich für die situation und deswegen würde ich sagen im zweifel wenn geben keine signal nach unten kommen steigt er weiter dann macht da oben noch weitere hoch sein können wir uns werden wir wollen das macht er und von daher ist long dann die bessere wahl als auf der short seite immer weiter ins minus gedrückt zu werden der muss nach unten umträger das hat er nicht getan punkt ende aus ich wünsche euch was hat uns wohl wieder bis dahin